Neues Medikament gegen Reizblase? Frage, ich hatte 2005 eine radikale Prostata-Op und seit ca. 10 Jahren eine Reizblase, die sich momentan wieder verschlechtert hat. Ich bin in urologischer Behandlung und nehme derzeit ein Anticholingikum ein. Laut meines Urologen soll heuer ein neues Medikament gegen die Reizblase auf den Markt kommen. Können Sie sich vorstellen, welches er meinen könnte? Derzeit hilft kein Medikament. Was sollte ich meiden? Getränke U. Essen? Antwort, ich gehe davon aus, dass Ihr Urologe sie schon entsprechend eingehend weiter abgeklärt hat. Das Medikament, das er wohl meint, aktiviert Beta-3-Rezeptoren und entspannt so die Blasenmuskulatur. Es ist zwar bald in Österreich verfügbar, aber vorerst nicht über die Kassen erstattungsfähig. Sie müssen es dann eventuell selbst bezahlen. Die Genehmigungen zur freien Kassenerstattung dauern leider oft sehr lange. Bei Unwirksamkeit der üblichen Standardmedikamente stehen aber noch andere Verfahren, wie z.B. Botulinum oder die elektrische Neuromodulation zur Verfügung. Hierbei muss man aber eine aufwendigere Abklärung machen. Dazu muss Ihr Urologe eine Fachambulanz zuweisen. Es gibt keine sinnvolle Diät. Eine exzessive Flüssigkeitszufuhr ist entgegen einer vielfachen Meinung nicht sinnvoll ist.